Hallo zusammen, heute stelle ich euch die neue Color Perfect Serie von Inebria vor. Zuerst färbe ich das Haar mit meiner Zielhaarfarbe ein. Nach der Einwirkzeit spüle ich die Farbe gründlich ab und verwende zuerst das Farbschutzspray Color Perfect Locker. Dieses Produkt neutralisiert und verschließt das Haar wieder, was der wichtigste Vorgang nach der Koloration ist. Ohne Ausspülen arbeite ich direkt mit dem Color Perfect Shampoo weiter. Zum Abschluss verwende ich die Color Perfect Mask, um die Farbe zu versiegeln und das Haar zu schützen. Für das perfekte Finish sorgt das Color Perfect Shine Öl, das einen ultimativen Glanz erzeugt. Mit einem smarten Anwendungssystem sorgt es für langlebige Farben und maximale Brillanz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.